Sie haben ein geniales Angebot in der Tasche und erzählen am liebsten persönlich davon. Der Funke springt sofort auf Ihren Kunden über und er möchte Ihr Angebot gerne annehmen. Zurück im Büro muss er nur noch seine Kollegen davon überzeugen. Er erinnert sich aber nicht mehr genau und Ihre Visitenkarte hilft ihm in dem Moment auch nicht wirklich. So landet sie einfach im Müll. Und das war's. Wenn Sie persönlich vor Ort sein könnten. Aber das geht ja nicht. Oder etwa doch? Ja klar, mit der AHA-Video-Card. Die Visitenkarte der neuen Art. Ihr Angebot als Video. Jederzeit und überall abspielbar auf einem integrierten Display. Und sie passt immer noch in jede Hosentasche. Die perfekte Kombination aus AHA-Video und digitaler Businesskarte. So bleibt Ihr Unternehmen nicht nur präsent, sondern auch unverfälscht und ganz bestimmt im Gedächtnis. AHA-Video-Card. Der Rockstar unter den Visitenkarten. Schreiben Sie uns eine Mail oder rufen Sie uns an. AHA-Video-Card. Der Rockstar. 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 Bis zum nächsten Mal.